Thorsten, erstmal herzlichen Glückwunsch zu deiner Wahl als stellvertretender Vorsitzender der NPD. Wir wollen jetzt natürlich gerne wissen, wo siehst du denn in diesem neu gewählten Gremium jetzt ganz speziell deine Aufgaben? Ja, beworben habe ich mich als stellvertretender ganz speziell um das Amt Auslandskoordination, weil ich das für wichtig halte auf europäischer Ebene. Wir werden in den nächsten Jahren erleben, dass man überhaupt nur noch zum Beispiel zur Europawahl antreten kann, wenn man europäische Partner hat. Die muss man auch im Boot halten. Dazu braucht man Gewicht. Gewichtestimme hat jemand im Grunde tatsächlich ab, stellvertretender Parteivorsitzender. Ich denke, das wäre etwas, was ich leisten kann. Ja, und natürlich ZBV bin ich für alle Aufgaben im Parteivorstand auch da. Das ist selbstverständlich. Ich hoffe, dass sich die Partei jetzt auch wieder etwas mehr öffnet zu unseren Kameraden, zum Beispiel vom Dritten Weg oder die Rechte oder Vorfeldorganisationen wie TÜGID oder wie auch immer, wenn sie denn das überhaupt wollen. Und dass wir versuchen, neben der Alternative für Deutschland eine große, breite, rechte, nationale Bewegung zu installieren, die kameradschaftlich zusammenhält. Und ich denke, dass ich da auch Aufgaben habe in diesem Themenfeld. Ich fordere alle meine Kameraden draußen auf, möglicherweise auch wieder innerhalb der Partei Verantwortung zu übernehmen und einzutreten. Denn Parteien verändert man nur von innen, nicht von außen. Und ich würde mich freuen, wenn wir diese Themenfelder auch zugewiesen würden. Nun haben wir gestern natürlich auch so ein bisschen von Flügeln und politischen Richtungen gehört. Siehst du dich auch so ein bisschen jetzt als politisches Korrektiv in diesem neuen Vorstand? Ja, offengestanden ist das tatsächlich so. Ich möchte im Grunde tatsächlich, dass wir eigentlich mal überlegen sollten, in der Partei gibt es eben verschiedene politische Strömungen. Das ist normal und auch gut so. Ob man denen nicht ein Gesicht verleiht. Also ich könnte mir vorstellen, zum Beispiel von einem türkischen Flügel das Gesicht zu sein, wenn die Kameraden das wünschen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass vielleicht von einem national-liberalen Flügel der Kamerad Franz das Gesicht sein könnte, wenn er sich denn so überhaupt verordnet. Das weiß ich alles noch nicht. Denn ich glaube, nur wenn man miteinander redet und nicht übereinander, kommt man zu einer tollen Geschichte hin. Und wir müssen miteinander reden und dann müssen wir gemeinsam ringen um das, was wir dann letztendlich tun. Ich glaube, das würde der Partei gut tun, eine vernünftige Diskussion zu machen. Vielen Dank, Thorsten, und alles Gute für die Arbeit. Vielen Dank, Jan.